Sehr interessanter Typ, James aus Luxemburg, spricht fünf Sprachen, hat wahrscheinlich schon in 5000 Bars gespielt, hat viel ausgesaugt aus dem Leben und schafft es, es in seine Musik zu bringen. Meine Eltern habe ich schon so stolz gemacht. Ich glaube, noch mehr stolz und platzen sich vor Stolz. Also ich will, dass ich noch weiterleben. Jetzt wird das Ziel, Alec und Sascha stolz zu machen. Die haben sich natürlich umgedreht, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und hauptsächlich auch die Zuschauer, die sollen Gänsehaut haben, die sollen sich freuen. Und das ist die Hauptsache eines Musicals. What is love? What is strangest of feelings? The scene you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you, until your eyes run dry. You've been looking for someone to believe in, to love you, until your eyes run dry. You've been looking for someone to believe in, to love you, until your eyes run dry. You've been looking for someone to believe in, to love you, until your eyes run dry. You've been looking for someone to believe in, to love you, until your eyes run dry.